Hartmut Bagger ist ein General a. Diet des Heeres der Bundeswehr. Er war von 1994 bis 1996 Inspekteur des Heeres und war zuletzt von 1996 bis 1999 Generalinspekteur der Bundeswehr. Militärische Laufbahn Ostpreußen musste Bagger 1945 mit einem vertriebenen Treck verlassen und verbrachte seine Kindheit in der Nähe von Celle. Nach dem Abitur trat er 1958 in den Dienst der Bundeswehr und wurde als Offizieranwärter bei der Panzergrenadiertruppe ausgebildet. 1960 wurde er zum Leutnant befördert und hatte Verwendungen als Zugführer und Fernmeldeoffizier beim Panzergrenadierbataillon 82 in Lüneburg und als Hörsel- und Ordnanzoffizier an der Heeresoffizierschule I in Hannover. Fünf Jahre später diente Bagger von 1965 bis 1969 zum Hauptmann befördert als Kompaniechef des Lüneburger Bataillons. Im Anschluss wurde er nach Hamburg versetzt und absolvierte an der dortigen Führungsakademie der Bundeswehr von 1969 bis 1971 den Generalstabslehrgang. Danach wurde er zum Major befördert, nach Neumünster versetzt und diente dort als Generalstabsoffizier für Logistik und Operationen bei der Panzerbrigade 18, um im Anschluss daran wieder nach Hamburg zu gehen und an der Führungsakademie als Dozent für Militärpolitik zu lehren. Danach absolvierte er in Norfolk, Virginia, einen Armed Forces Staff College Course. Von 1976 bis 1978 übernahm er als Oberstleutnant das Panzergrenadierbataillon 51 in Rothenburg an der Fulda. Nach diesem Truppenkommando wurde er nach Bonn ins Bundesministerium der Verteidigung versetzt und diente dort bis 1980 als Referent. Vom April 1980 bis zum September 1982 war Bagaillons zum Oberst befördert. In Buxtehude als Chef des Stabes der 3. Panzerdivision unter dem Kommando von Generalmajor Franz Joachim von Rodde eingesetzt. Nach dieser Stabsverwendung war er zwei Jahre lang bis 1984 Leiter der Fachgruppe Sicherheitspolitik an der Hamburger Führungsakademie. Die nächste Verwendung hatte er auch in Hamburg. Anschließend wurde Bagaillons nach Koblenz versetzt und diente dort vom 1. April 1988 bis zum 22. November 1990 zum Brigadegeneral ernannt. Als Chef des Stabes des 3. Korps unter dem Kommando von Generalleutnant Helge Hansen. Danach wurde er nach Veitshöchheim versetzt und übernahm dort bis zum März 1992 die Kasekundenkommando über die 12. Panzerdivision. Nachdem Helge Hansen, dessen Stabschef Bagaillons war, am 1. März 1992 den Posten des Inspekteurs des Heeres übernommen hatte, machte er Bagaillons zum Generalleutnant ernannt, zum 1. April 1992 zu seinem Stellvertreter. Als Hansen bereits nach zwei Jahren für den NATO-Posten des Oberbefehlshaber der Elite Forces Central Europe designiert wurde, übernahm Baga am 21. März 1994 den Posten des Heeresinspekteurs und führte die Strukturveränderungen im Zuge der bereits begonnenen Heeresstruktur V weiter. Als Inspekteur befürwortete er die wehrpflichtigen Armee, da sich die Hälfte des Offiziernachwuchses fast zwei Drittel der Unteroffiziere aus dem Grundwehrdienst rekrutieren. Jedoch blieb auch Baga nur für zwei Jahre an der Spitze des Heeres, da das Amt des Generalinspekteurs durch die Nominierung von General Klaus Naumann für den Posten des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses frei wurde. Anschließend wurde er Präsident der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik. Trat von dem Amt aber im Jahr 2000 aufgrund interner Querelen zurück. Baga wohnt in Meckenheim, ist verheiratet und hat zwei Söhne, einer davon ist der Diplomat Thomas Baga. Er spielt Konzertreifklavier und trat wiederholt solistisch oder gemeinsam mit Klangkörpern der Bundeswehr auf. Ehrungen 1994 verdienst Kreuz I. Klasse der Bundesrepublik Deutschland. Kommandors Cross of the Legion of Merit Officers Cross of the Legion of Merit Kommandeur de la Legion d'Hongnö Großoffizier des finnischen Ordens der Weißen Rose 2. Du bist der Bundesrepublik Deutschland. Untertitelung des ZDF, 2020